Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein Lyrik und herzlich willkommen in meiner Hütte am See. Ja schön wär's. Ist nicht meine Hütte, ist nicht mal mein Lego Set. Das hat mir Ole wieder zur Verfügung gestellt. Sein Votum hören wir am Ende. Das was wir hier haben sind 368 Teile für knapp 25 Euro erschienen Anfang 2016. Und das ist nicht Peter Fox, dass der dann jetzt zu seiner Hütte am See passen würde, sondern das ist einfach ein namenloser Angler. Aber er ist dabei mit Kaffeetasse und eben Angel inklusive ja zumindest angedeuteter Kurbel, die er dran hat. Man sieht, er ist glücklich, er lächelt und er freut sich des Fisches, dass er den gleich fangen mag. Den werden wir dann auch gleich sehen. Erstmal sehen wir einen, und das ist extra in der Bedienungsanleitung betrieben, einen zutraulichen Elch. Kein Böser, ein zutraulicher Elch. Und der ist tatsächlich aus einzelnen Lego Steinen entsprechend gebaut und sieht tatsächlich eben entsprechend aus wie ein Elch. Hat unten sogar, Gott sei Dank, glatte Sohlen. Und wie wir hier sehen, er läuft auch wie ein Elch. Ja, das mit dem Schwänzchen hinten, das ist jetzt nicht so ganz. Aber er hat zumindest ein Geweih. Und das ist schön weiß. Und gut, von unten sieht es jetzt nicht ganz so originalgetreu aus. Aber von außen fand ich ihn süß. Dann gucken wir mal so ein bisschen, was haben wir hier so? Ein kleines Wässerlein inklusive eines natürlich wahrscheinlich zutraulichen, beschaulichen Frosches. Da so kleine Seerosen haben wir. Hier kann unser Mensch dann zum Angeln sich hinsetzen. Und dann haben wir da unten, sahen wir gerade eben schon den Fisch. Ach, siehste, der ist schon auf dem Lagerfeuer. Dem geht es jetzt nicht mehr so gut. Der ist fast gar. Und damit er uns nicht wegrollt, können wir ihn auch gleich reinklicken. Das ist doch mal praktisch von Lego. Damit dann auch der Fisch festhält. Ja, da lodern die Flammen so ein bisschen. Also es sind vielleicht eher Kohlen. Da ist der Weg, der ins Wasser führt. Und daneben, das finde ich auch süß, hier so ein kleiner Stoß, wo wir Holz hacken könnten. Und auch da, ich sage ja, Lego deckt, denkt bei diesem Set praktisch die Möglichkeit, gleich die Axt dort entsprechend festzumachen. Ein Lämpchen haben wir auch. Ist es nicht romantisch. Könnte in Norwegen an so einem Verlassenen und Schweden am Verlassenen See sein. Da ist dann auch so ein bisschen so etwas Ähnliches wie ein Baum oder eine Tanne. Wir erkennen auch, dass immerhin diese Hütte auf so kleinen Stelzen steht. Da oben, da ist wahrscheinlich die Stelle, wo dann die Klimaanlage oder zumindest die Belüftung ist. Und wir haben einen Ofen. Den sehen wir hier. Also da sind schon mal die Ofenrohre, die dann nach oben führen. Und oben sehen wir auch ein bisschen was Grünes schon auf dem Dach. Da wird wahrscheinlich in ein, zwei Jahren mal wieder der Dachdecker ran müssen. Und ein Geweih, das haben wir auch da. Also waren nicht nur zutrauliche Elche wahrscheinlich in der Nähe. Einer, der ist dann hier als Verzierung geendet. Von unten ist es jetzt nicht spannend. Also schauen wir lieber mal in das Ganze rein. Wir können es nämlich aufklappen. Und das Ganze für nicht mal 25 Euro. Finde ich eigentlich ganz okay, was hier geliefert wird. Da haben wir wieder die Lampe. Wir befinden uns jetzt ja drin. Deswegen nicht wundern. Da haben wir dann auch einen Kaffeebecher mit irgendeinem Behälter, wo wir irgendwas drin haben können. Eine Tür, die wir öffnen können. Die Fenster können wir übrigens auch aufmachen. Und da sehen wir den Ofen. Da ist sogar eine Pfanne drauf. Also da können wir theoretisch in unserer Fantasie auch wirklich was kochen. Doch gemütlich und romantisch eingerichtet. Allerdings auch nur für den Junggesellen unter uns, der auch gerne mal einen Brief wieder schreibt. Also wahrscheinlich ist da mit Wi-Fi nix und auch mit sonst Internetverbindung nichts. Und da ist das Einzelbett. Ja, ich sage also der Single, der gerne mal in Ruhe einfach mal tagelang fischt. Da kann er sich denn hinbetten oder auch seine Memoiren schreiben oder sowas. Romantisch. So stellt man sich. Ne, ich würde glaube ich lieber mit meiner Familie dann da hinfahren. So, dann die Fenster sind auch auf. Und da sehen wir nochmal in ganz groß gerade eben die Möglichkeit, das Holz zu hacken. So, machen wir wieder zu. Nicht, dass der Elch noch zu zutraulich wird und uns dann die ganze Wohnung vollkotet. Das sieht ja auch nicht aus. Was können wir noch machen? Wir können uns zum Beispiel die Anleitung mal angucken. Die sehen wir hier. Da sehen wir natürlich, wie das Männchen gebaut wird. Und das Spannendste daran ist jetzt, dass man hier dieses Modell in zwei weitere völlig unterschiedliche Gebäude umbauen kann. Alle noch so ein bisschen auf Romantik und Waldgegend gemünzt. Aber wir werden gleich sehen, weil nämlich die entsprechenden Anleitungen auch dabei sind. Wir können zum Beispiel so eine Blockhütte machen. Boah, gut, die ist jetzt so semi. Spannender finde ich dann dieses Observatorium, dass man sich da in den Garten setzen kann. Mit oben gleich so ein Fernrohr bzw. ein astronomisches Werkzeug. Das finde ich doch mal nett. Also das hätte ich auch gerne. Und so kommen wir dann auch zur Wertung. Ich persönlich finde das Set richtig klasse. 8,5 Punkte. Also für diese kleine Größe, für diesen Preis kriegt man doch richtig was Nettes geboten. Und gerade dieser Elch, also der sieht doch wirklich zutraulich aus. Da muss man doch einfach mal so zusagen. Aber wir werden jetzt Ole hören. Der hat da noch was zu kritisieren. Ich gebe mal ab. So, bei mir ist schon wieder der Ole. Die kennen wir ja noch von dem letzten Star Wars Set. Dir gehört auch dieses Set hier. Nämlich, das hast du mir netterweise ja zum Film zur Verfügung gestellt, so ein kleines Häuschen mit Elch. Gefällt es dir? Ja. Warum? Weil da ein kleiner See, das Haus ist cool und die Feuerstelle, wo er das Holz hat, ist auch cool angedeutet. Ja, und er kann sogar angeln. Angelst du selber? Ja. Du hast schon mal geangelt? Ja. Ja, dann weißt du ja genau, sieht das so richtig aus? Angelt man so, wie der angelt? Ja. Ja, genau. Und die Hütte selber? Würdest du da drin wohnen wollen? Mhm. Ja? Oder hättest du was zu verbessern? Nö, eigentlich nicht. Ich persönlich finde ja den Elch sehr hübsch. Ja, der sieht ja auch cool aus. Der ist ja so richtig cool angedeutet. Kann man schon richtig, naja, sehr gut angedeutet, finde ich auch schon. Du kannst wieder Punkte geben. Dein Set darfst du zehn geben bis null Punkte. Wie viel gibt es ihm? Da nehme ich mal vier Punkte. Vier nur? Ach, nehmen wir mal sechs. Sechs? Ne, ich wollte die nicht überreden. Also, was würdest du kritisieren? Warum keine zehn? Weil das nicht so wow ist. Also, drin wohnen würde ich schon. Aber wenn da jetzt der Elch kommt, die sich da einmal gegenrammt, ja, das wäre halt nicht so toll. Und cool finde ich noch, dass, ich weiß nicht mal wo, aber da war so ein kleines Hörnchen. Da waren so zwei Hörner. Das fand ich toll angedeutet, wie halt so... So ein Geweih. Genau. Ja, okay. Ja, also, du hättest Angst, der Elch kommt ins Haus. Ja. Deswegen keine zehn Punkte. Hm? Okay, kann ich nachvollziehen. Und mit diesen versöhnlichen Worten sind wir dann auch am Ende. Vielen Dank an Ole für Leihgabe und Stimme und bis zum nächsten Mal bei der Klembaustelle. Und tschüss.